Der Caravan Man 85 Professional ist eine vollautomatische Sattelitenantenne für den stationären Einsatz. Die Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und bietet zudem eine automatische SKU-Funktion. Das System ist vorprogrammiert für zehn Satteliten. Diese können einfach über das Steuergerät angewählt werden. Schalten Sie das Steuergerät ein, um den Suchvorgang zu starten. Die Antenne sucht nun nach dem Satteliten. Dieser Vorgang dauert circa ein bis zwei Minuten. Der 85-Zentimeter-Spiegel bietet beste Empfangsleistung in ganz Europa. Im eingefahrenen Zustand ist die Antenne nicht höher als 19 Zentimeter. Dies beeinträchtigt die Gesamthöhe des Fahrzeugs kaum. Nach erfolgreicher Suche können Sie Sattelitenfernsehen empfangen. Um die Antenne wieder einzufahren, genügt ein Knopfdruck am Steuergerät. Die Antenne fährt nun in die Grundposition. Die Antenne ist das Steuergerät. Das Steuergerät. Untertitelung des ZDF, 2020